Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal wie man bei Windows 10 eigentlich eine DVD abspielen lassen kann, wenn sich diese nicht wie früher automatisch öffnet und erst einmal solche komischen Dateien bei deinem Diskettenlaufwerk erscheinen. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Seit Windows 8 kann ein PC bzw. ein Laptop keine Filme mehr automatisch abspielen und hier habe ich jetzt bei mir zum Beispiel eine DVD, mein DVD-Laufwerk D eingelegt und es kommen nur solche komischen Strukturen raus, die mir hier nicht weiterhelfen. Aus diesem Grund müssen wir uns mal einen kostenlosen Media Player aus dem Internet herunterladen. Ich empfehle auf jeden Fall den VLC Media Player, das ist eigentlich so der gängigste überhaupt und er ist natürlich auch kostenlos. Um auf die Webseite zu kommen, entweder das Ganze hier oben eintippen oder unter dem Video auf den ersten Link klicken. Wenn wir das haben, dann einfach mal hier auf Download VLC gehen und jetzt sollte das Ganze normalerweise auch schon automatisch starten. Wenn der Download sich bei dir nicht automatisch startet, hier draufklicken, bei mir hat es auf jeden Fall schon begonnen. Wenn es heruntergeladen ist, am besten einmal bei Downloads auf den entsprechenden Teil draufklicken, dann die entsprechende Sprache, bei mir also Deutsch, hier mit OK auswählen. Als nächstes einmal auf Weiter gehen, wieder weiter, wieder weiter und anschließend noch auf Installieren. Jetzt dauert es wieder einen kurzen Moment und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Die Installation ist fertig. Hier ist der Haken gesetzt bei Media Player gleich ausführen, so wie ich es ja haben möchte. Und ich muss hier unten nur noch auf Fertigstellen draufklicken. Jetzt öffnet sich automatisch schon mein Media Player, so wie ich es haben möchte. Die DVD ist in meinem Laufwerk drinnen, weswegen ich jetzt hier oben links einmal auf Medien klicke, dann auf Medium öffnen. Anschließend muss hier noch das richtige Laufwerk ausgewählt sein, wo die DVD bzw. der Film drinnen ist. Das passt bei mir auch. Das ist eine DVD. Genau, wird alles automatisch erkannt. Und dann muss ich nur noch hier unten auf Wiedergabe draufklicken. Jetzt dauert es noch einen kurzen Moment, da der Film bzw. die DVD gelesen wird. Der Film wird hier auf jeden Fall schon angezeigt. Hier unten kann ich noch ganz normal alles dementsprechend auswählen. Ich klicke jetzt einfach mal auf Play Movie drauf. Es dauert wieder kurz. Und dann sollte der Film auch schon starten, so wie es bei mir jetzt der Fall ist. Ich kann dementsprechend natürlich auch im Film wieder nach vorne gehen. Ich könnte hier unten noch den Vollbildmodus auswählen. Und jetzt mal kurz noch schauen, ob der Ton auch funktioniert. Das klingt doch super. Und somit haben wir es jetzt auch schon geschafft, dass wir bei Windows 10 eine DVD bzw. einen Film wieder richtig abspielen können. Mich würde es noch interessieren, welchen Film genau du anschauen wolltest und bei dem du vielleicht dachtest, dass irgendwas kaputt ist. Schreib es mir gerne mal unterhalb des Videos in die Kommentare. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.